Willkommen zurück zu Super Paper Mario. Wir sind in der Steinzeit zurück und naja gut. Da sind doch unsere entführten Hüllenmenschen. Sie fliehen, ich frage mich, wohin sie fliehen? Wir sollten ihnen folgen. Okay. Ich gehe jetzt mal nach rechts, weil das ist viel cooler. Was macht diese Piranha eigentlich da? Na egal, ich weise ihr cool aus. Okay, das war fies. Das war nicht schön. Vielleicht kann ich euch etwas erzählen. Und zwar habe ich diesen Part schon mal aufgenommen. Eben gerade. Aber ich fand ihn so schlecht, dass ich gedacht habe, ich nehme ihn nochmal auf und habe Reset gedrückt. Deswegen weiß ich erstmal ganz kurz, wo es lang geht. Beziehungsweise ich war da links schon. Moment mal. Und euch habe ich auch schon erledigt. Eigentlich. Und jetzt ist eine Kiste mit der Bowser 2 Karte da. Na ja, ich wollte den letzten Part, also diesen Part, den ihr gerade seht, wollte ich auf Retro machen. Das heißt, so sprechen, wie ihr meinen... Oh mein Gott, der unten hat mich gerammt. Ihr meint, Super Mario 64 Let's Play. Aber es wurde dann so uncool, dass ich mir gedacht habe, lieber nicht. Ich lasse mich lieber töten. Das hat doch viel mehr Stil. Ja, Leute, was war das denn? Dann würde ich jetzt sagen, Scheiße für die Bowser Karte. Ja, ist klar, Tippi. Oh Mann. Oh Mann. Es ist doch nicht wahr, oder? Was ist das für ein Scheiß? Ja, in 3D, stimmt. In 3D hätte ich allem und jedem einfach ausweichen können. Da habe ich mein Gehirn nicht genug angestrengt dafür. Man sieht hinten auch ganz schön die Dunkelheit. Reicht bis in die Steinzeit. Sehr schön. So, der Rest der Münzen lässt mich mal kalt, weil so nötig ist habe ich dann auch nicht. Ich weiß, da unten ist auch noch eine Karte, aber diese blöden... Jawohl, doch. Ich habe gehört, die sollen ganz nützlich sein. Ich habe gar nicht verstanden, warum die so nützlich sein sollen. Aber hey. Nehme ich sie halt mit. Wenn ich schon weiß, wo sie sind. Dann let's go. Pidgey. Pidgey. Und das hier habe ich nicht verstanden im letzten Part. Dass man die in einer bestimmten Reihenfolge antippen muss. Um weiterzukommen. Und so weit war ich nur nicht. Also ab jetzt hier ist es wieder komplett blind. Da hinten sind sie. Wie cool. Du meine Güte, hast du sie gesehen da drüben? Los geht's. Oh mein Gott, was stellst du da? Egal. Nichts wie weg. Noch mehr von euch. Na ja. Man kann die Probleme auch einfach umgehen. Woher soll man eigentlich wissen, wie man die Blöcke antippen muss? Mal ehrlich. Komisch. Ich versuche einfach mal jede Kombination. Ups. Jetzt so und so und so. Oder so und so und so. Oder so und so. So. Oder von hier anfangen zu dem. Von dem anfangen zu dem. Damit hätte ich alle Kombinationen durch, oder? Ach, mir geht dieser Sound so auf den Sack. Hä? Wenn nichts mehr hilft, dann helfen. Bum. Aber auch hier nicht. Ne. Dem muss ich auf den Grund gehen. Okay, da bin ich wieder. Irgendwie habe ich es geschafft. Fragt mich nicht wie. Ich springe da wie blöd gegen die Blöcke und auf einmal erscheint eine Röhre. Vielleicht muss man einfach nur 800 Mal dagegen springen. Ich habe jetzt hier echt viel Zeit verplempert. Ähm, wo bin ich gerade? So. Kann ich denn nach links? Also ich meine, die sind ja nach rechts gelaufen. Aber kann ich denn nach links? Sieht fast so aus, oder? Ich benutze mal Surfer. Aber zu surfen ist cooler. Und schneller. Und es ist angenehmeres Reisen. Und außerdem soll man eh alles auschecken. Was man kann. Ist aber langweilig hier hinten. Mensch. Dieser Sound. Und hier ist nichts. Haha. Wie kommt man denn auf sowas? Nun denn. Bewundern wir also die verpixelten Wolken. Die absolute Dunkelheit. Und hier ist nichts. Ja, komm. Beeilung. Warum auch immer. Wir können nach rechts. Mal sehen. Vielleicht sehen wir ja irgendwann wieder was. Ja. Ziemlich genau hier. Da das nicht geht. Geht's hier rein. Oh yeah. Höhlenmalerei. Hä? Das soll schon das Ende sein? Aber hier in dem Level war doch gar nichts los. Ich meine, hier war doch gar nichts los. Also manche Level enttäuschen mich irgendwie. Naja. Wenn's so ist, dann ist es so. Auf der Suche nach den entführten Klippulanern begaben sich Mario und seine Freunde zur Kluft von Klippdorf, was führten die Florosapiens nur um Schilde. Und Wurno befanden sich ihr König Rokos und das reine Herz. Obwohl schnell vorankommt, bekamen unsere Helden die Florosapiens nicht zu Gesicht. Aber Mario gab nicht auf. Er war sich sicher, sie einholen zu können. Sicher? Dass du sicher bist? Pixeltafeln und Klippulaner. Ah. Bekommen wir einen neuen Pixel, hä? Hört sich an, wenn die Überschrift schon lautet Pixel. Da! Wir haben die Unholde eingeholt! Hey, Poké! Sieht irgendwie cool aus. Oh, ich hab immer noch keine Energie, hey. Energie wächst nicht auf Bäumen. Oha, was macht der denn? Ja, ich würde... Er hätte so gerne ein Level Up, wisst ihr das? Wow. Das wäre so cool, ein Level Up. Deswegen blieb ich hier jeden. Ach. Habt ihr das gesehen? Endlich. Wurzel Frühlings Schilfgras, das 7 KP heilt. Und Vergiftung. Okay, von euch hab ich jetzt genug. Hey, cool. Schön gemacht. Dann wollen wir mal weiter. Floro Sapiens. Wer denkt sich sowas aus? Ah, okay. Wir wissen, wo wir hin müssen. Was soll eigentlich dieser Block da rechts? Das ist ein riesiger... Oh mein Gott. Was zum... Sie sind in dieser Röhre verschwunden, oder? Verdammt. Bomben. Hö, gehst du nicht kaputt? Na egal. Okay. Na du. Wow. Hier ist was drunter gewesen. Schön, wir können da rein. Ich wollte doch nur den töten. Keine Ahnung, was hier ist. Irgendwie müssen wir die Röhre ja wieder herstellen. Aber das sieht alles unsympathisch aus. Okay, da müssen wir ganz klar den Dingsbums benutzen, Filippo. Ach, Kinders. So. Oh, fuck. Also meine wenigen KP, die ich hab, will ich schon noch behalten. Ach, du schon wieder. Okay, machen wir erstmal das da. Filippo. Wunderschön. Was ist das denn? Ist das ein Tor? Das kann doch gar nicht sein. Das ist doch... Das ist doch... Was bringt mir das jetzt? Furchtbar viel. Sehr komisch. Was ist das denn da? Ah, da geht der Weg nach hinten weg. Was? Wie bitte? Was ist denn jetzt los? Ja, komm, lass mich noch kurz. Idiot. Wie es aussieht, hey. Die Rampe, die wieder hoch geht. Naja. Äh, what the fuck? Was soll man mit dem machen? Was ist das hier? Hä? Ein Stein. Wir können so einiges versuchen. Vielleicht ist er ja feuerempfindlich. Da tut sich wirklich was. Feuertafel. Eine Tafel mit eingraviertem Feuersymbol. Cool. Ist das alles, was es hier gibt? Das ist schade. Das ist bedauernswert. Na gut. Sollen wir die jetzt mal alle öffnen, da? Ach, du Schande. Ja, aber meine 3D-Zeit wird nicht langsamer, oder wie? Ich besiege dich jetzt. Au. Was? Keine Fähigkeit? Verstehe ich gerade nicht, was... Hä? Was ist los? Der hat mir irgendwie meine 3D-Fähigkeit geraubt. Bomben schaffen Abhilfe. Ich kann kein 3D mehr benutzen. Das ist aber unvorteilhaft. Hier war noch 10.000 Sachen. Der kann auch kein Feuer mehr spucken. Das kann ja wohl nicht angehen. Versuchen wir erstmal dich zu besiegen. Das geht schon? Ach, jetzt habe ich wieder... Jetzt ist es wieder weg. Ich kann wieder alles benutzen. Na, Gott sei Dank. Ein Pilz. Pilzen sind toll. Okay. Nee, gefällt mir nicht. Verdammt. Ach, das ist der Zombie-Pilz. Scheiße. Und was bist du? Irgendwie geht alles den Bach runter. Ich würde mich über weitere Pilze freuen. Ach, das kann ich jetzt gar nicht. Habe ich jetzt gar kein Bedürfnis danach. Wir besiegen jetzt mal den. Bowser ist eh so fett. Der verpasst keine Münzen. Okay. Das ist echt ein harter Brocken da. Ich gebe es auf. Der macht mich fertig. Okay, Leute. Weiter geht es im nächsten Part. Also bis dann und ciao.